Nachdem die Europäische Zentralbank nun mit ihrem Zinssenkungszyklus begonnen hat, denken wir, dass es Sinn macht, sich wieder mehr mit Aktien als Anlageformen zu beschäftigen. Diese sind nun auf relativer Basis wieder attraktiver geworden. In unserem Wiener Privatbank European Equity Fonds investieren wir in ein besonders vielversprechendes Marktsegment, nämlich in europäische Champions, die Dividenden ausschütten. Diese Weltmarktführer wie SAP, Hermès, Novo Nordisk, Unilever oder Ferrari sind hoch profitabel, wenig verschuldet und verfügen über eine attraktive Dividenden-Rondite. Etwa zeitgleich mit dem Zinssenkungszyklus Start haben wir es hier geschafft, für die Anleger ein Fonds, einen 18-Jahres-Kurs high zu erzielen. Wir denken, dass auch zukünftig dieser Fonds ein vielversprechendes Investmentvehicle sein sollte. Das war die Anleger ein Fonds, ein Fonds, ein Fonds, ein Fonds. Untertitelung des ZDF, 2020